Sie kümmern sich ehrenamtlich täglich um Menschen, die zum Teil nicht genug Geld haben, sich eine Mahlzeit zu leisten, die Unterstützer der Brandenburger Tafel. Jetzt sind die Helfer Opfer von Einbrechern geworden, denn in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter gewaltsam in die Räume des Vereins in der Wilhelmsdorfer Straße ein und ließen ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Der Schock sitzt tief bei den Mitarbeitern der Brandenburger Tafel. Trotzdem wird erst einmal weitergemacht, denn auch nach diesem schweren Schlag müssen die Bedürftigen versorgt werden. Die Einbrecher kamen heimlich in der Nacht. Als Mitarbeiter am frühen Morgen den Laden öffnen wollten, offenbarte sich das ganze Ausmaß des Geschehens. Es wurde im Nebeneingang eingebrochen. Es ging durch sämtliche Schlösser, sämtliche Türen und Schlösser sind kaputt. Sie sind in mein Büro rein und haben Bargeld gesucht. Und haben es auch leider gefunden. Besonders tragisch. Erst drei Tage zuvor eröffnete die Tafel hier in ihren neuen Räumlichkeiten. Der Verein zog extra an die Wilhelmsdorfer Straße, um ein größeres Platzangebot nutzen zu können. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Die Täter drangen in das Gebäude ein und haben auch dort die Büroräume aufgebrochen und auch sämtliche Zimmer durchsucht. Was entwendet worden ist, können wir derzeit noch nicht sagen, weil unsere Kriminaltechniker draußen sind, um eben Spuren zu sichern. Und erst hinterher können die Besitzer bzw. die Mitarbeiter schauen, ob oder was entwendet worden ist. Laut SKB-Informationen soll Bargeld in Höhe von über 1.000 Euro entwendet worden sein. Dazu kommen noch die Kosten für die entstandenen Schäden. Lebensmittel oder sonstige Waren ließen die Langfänger liegen. Bei der Brandenburger Tafel herrscht nur noch Unverständnis über die Tat. Also für mich sind es nicht normale Menschen, um in einen Verein einzudringen. Wir sind ja ein Verein, der eigentlich Bedürftigen hilft und auf Spenden angewiesen sind. Und das sind ja Gelder, die wir eben halt benötigen. A, unser Auto muss betankt werden mit Diesel. Das sind ja alles solche Gelder, die in dieser Kasse mit drin waren. Und wenn wir jetzt keinen Sprit mehr haben, müssen wir auf, weiß ich nicht, eben halt, ja, uns das Geld eben halt nehmen. Die finanziellen Sorgen machen der Brandenburger Tafel nun zu schaffen. Der Verein ist dringender denn je auf Spenden angewiesen. Ja, und wenn Sie die Tafel mit Geld und Lebensmitteln unterstützen wollen, Ihre Spenden sind natürlich gern gesehen.